Hallo ihr Lieben! Habt ihr Fragen zur Corona-Politik? Am Samstag, den 24.10.2020, findet auf dem Marktplatz in Neubrandenburg um 14 Uhr ein Bürgertreff statt. Mit offenen Mikrofon könnt ihr Fragen rund um die Corona-Politik stellen. Was denkt ihr über die momentane Corona-Situation? Eure Fragen und Ansichten interessieren uns. Kommt mit uns in den Dialog. Lasst uns miteinander reden. Eure Fragen und Ansichten interessieren uns.